Tor für Dortmund. Weigl schickt Aubameyang perfekt in den Strafraum. Der bringt den Ball halb hoch an den Fünfer, wo Philipp den Ball sehenswert mit dem Spann ins lange Eck verlängert. Maximilian Philipp, Stern 1. März 1994 in Berlin, ist ein deutscher Fußballspieler. Der Stürmer steht bei Borussia Dortmund unter Vertrag.